Alter, guck mal, was ist hier denn? Egal, was ist ein Opfer? Woher kommt die denn? Die heißt Mona und kommt aus Rojabah. Ist in Syrien. Sie ist mit ihrer Familie von Gott geflohen. Ja, ich bin ein scheiß Flüchtling. Und jetzt... Hey, sag mal! Diese Schule ist eine Völkerkatastrophe. Mona wird mies gemobbt. Herzlich willkommen in Deutschland. Ein Löwe. Ein Löwe bist du. Es heißt Löwe. Wir wollen Siegern sein, Siegern sein. Wow! Was ist ein Schuss? Wir wollen Siegern sein, Siegern sein. Die Neue ist gut. Jungs, die werden immer besser. Sie spielen trotzdem wie Mädchen. Siegern sein, Siegern sein, Siegern sein. Ihr dürft teilnehmen! Ja! Und nehmt eure Wut und packt sie aufs Spielfeld. Nicht untereinander. Siegern sein, Siegern sein, Siegern sein. Was haben wir? Siegern sein! Und jetzt geht er raus. Die Neue ist gut. Siegern sein, Siegern sein. Bitte Bis zum nächsten Mal.